Hallo August-Jean-Diederich. Wer ist es? Wer ist Agu? Ich. Ist so eine Skibrille als Markenzeichen nicht mega nervig? Keine Ahnung, ich kenn's nicht anders. Ich hab die immer auf. Was ist der bessere Flaschenöffner? Eine Straßenbahn oder Zähne? Straßenbahn. Empfiehlst du Fans auf deinen Konzerten auch ohne Ticket an den Türstehern vorbeizusprinten? Ja. Lieber Falafel oder Fallobst? Falafel. Beende den Satz. Wenn ich keinen Fukuhila tragen dürfte, hätte ich... Kein Erfolg bei Frauen. Womit hast du deine Eltern als Kind mehr genervt? Crazy Frog oder Otto-Songs? Crazy Frog. Nie wieder Trikots oder nie wieder Skibrille? Nie wieder Trikots. Laut Internet bist du 19, aber du rappst über Studium und hast auch einen echt stabilen Bartwuchs. Also mal unter uns. Wie alt bist du wirklich? 19. Bist du eigentlich mit Finch verwandt? Nein. Was war das Verrückteste, das du je für einen Musikvideodreh gemacht hast? Otto angefragt und Otto ins Musikvideo geholt. Nimmst du eigentlich Drogen? Nein. Deine erste Amtshandlung, wenn du 2025 zum Bundeskanzler gewählt wirst? Bierpreisbremse, stoppt die Dönerinflation und bedingungsloses Grundeinkommen. Nach welchen Kriterien kaufst du Wein? Der, der möglichst weit unten steht. Bist du jetzt eigentlich Friesenjung oder Hauptstadtkind? Ich bin Berliner Kindl. Ich bin kein Friesenjimmer. Warum drückst du eigentlich Fremden auf der Toilette Pickel aus? Weil wir Menschen sowas geil finden. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber Pickel ausdrücken macht einfach Spaß. Moshpits. Nur beobachten oder selbst mit rein? Selbst mit rein. Glaubst du, du bist ein gutes Vorbild? Nein. Was kochst du beim ersten Date? Beim ersten Date? Boah. Yum, yum. Was ist anstrengender? Après-Ski oder After-Hour? After-Hour. Wie reagierst du, wenn Otto Ja sagt? Otto Ja! Otto hat Ja gesagt! Danke, Chiangu. Ja. Danke, Otto, danke. Nee, ich reagiere so. Danke, Otto, danke. Danke, 1Live, danke.